Bei Protesten gegen die indische Staatsbürgerschaftsreform ist es in Neu-Delhi zu schweren Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Mehr als 100 Menschen wurden am Sonntag nach Angaben von Krankenhausmitarbeitern verletzt. Insgesamt beteiligten sich laut Behörden etwa 4000 Demonstranten an dem Protest in der Nähe der Nationalen Islamischen Universität im Südosten der Hauptstadt. Die Polizei habe zunächst versucht, die Menge im Zaum zu halten. Dann seien Kämpfe ausgebrochen und Demonstranten hätten Busse, Autos und Motorräder angezündet. Die Polizei setzte daraufhin Trängas ein und ging mit Gummiknüppeln auf Demonstranten los. Landesweit laufen Demonstranten seit fünf Tagen Sturm gegen die Reform. In Neu-Delhi war es der dritte Tag in Folge. Das Parlament hatte das Gesetz vergangene Woche verabschiedet. Es soll Nicht-Muslime wie Hindus und Christen in Nachbarländern vor Verfolgung schützen, indem es ihnen einen leichteren Zugang zur indischen Staatsbürgerschaft ermöglicht.